Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön dass du da bist. Jetzt haben wir Modul 3 Bitrate und Bautrate und ich zeige euch jetzt wie man die berechnet und was das überhaupt ist. Also wir brauchen um die Bautrate auszurechnen die Schrittgeschwindigkeit. Die Schrittgeschwindigkeit ist einfach die kleinstmögliche zeitliche Abstand zwischen zwei Zuständen wie wir hier sehen. Also das ist jetzt die 1 Flanke, das ist die 0 Flanke und wie lange er eben für einen Bereich braucht, entweder 1 oder 0, das ist eben die Zeit TS. Genau und jetzt um die Bautrate auszurechnen brauchen wir diese Zeit TS und müssen das Ganze durch 1 teilen. Dann haben wir die Bautrate. Es gibt auch noch quadnäre Datensignale, diese können vier Zustände haben. Diese quadnären Datensignale brauchen wir um die Übertragungsgeschwindigkeit festzustellen. Es gibt auch oktäre Datensignale oder eben halt binäre wie hier oben. Genau, um jetzt die Übertragungsgeschwindigkeit eines Datensignals festzustellen, brauchen wir unsere Bautrate, die wir erstmal hier berechnet haben. Die setzen wir dann hier ein für Vs. Dann brauchen wir die Anzahl der Übertragungskanäle. Das ist jetzt in unserem Fall 1, nehme ich einfach mal an, weil wir nur einen haben. Und dann müssen wir hier noch den Logarithmus ausrechnen von n, also von den Datensignalen, wie viele Zustände die haben können, also hier in dem Fall 4. Das setzen wir dann für n ein, teilen das Ganze durch Logarithmus 2 nochmal und verrechnen es mit unseren anderen Werten. Dann bekommen wir das Ergebnis raus, Übertragungsgeschwindigkeit Bit pro Sekunde. Genau, das war es zur Berechnung von der Bit- und Bautrate. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in den Kommentar. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Modul. Wir sehen uns im nächsten Modul.